Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die Minecraft Version 1.5, dazu starte ich schon mal Minecraft. Und zwar um die Texture Packs davon. Die sind ja meistens noch nicht upgedatet, wenn eine neue Minecraft Version rauskommt, so jetzt auch bei der 1.5. Aber da gibt es jetzt Abhilfe. In der Videobeschreibung gibt es einen Link zu dieser Datei, zu der Unstitcher Datei. Die könnt ihr einfach öffnen und dann kommt hier Convert Texture Pack. Aber bevor wir das machen, gehe ich nochmal in Minecraft. Ich habe hier jetzt schon mal ein Texture Pack ausgewählt von der 1.4.7. Und wenn wir da jetzt mal in Singleplayer gehen, auf die Mod-Island zum Beispiel, könnte es jetzt laggen. Na, es geht. Aber was wir jetzt zum Beispiel sehen, wir haben hier Gras, obwohl eigentlich ja ein Texture Pack ausgewählt, also ganz normales Minecraft Gras, obwohl eigentlich ein Texture Pack ausgewählt. Sieht alles ganz normal aus, außer jetzt die Kisten. Und die Scroller ist hier unten. Das Inventar ist das gleich geblieben? Ja, ist das ganz normale. Aber das können wir jetzt ganz einfach ändern, indem wir das jetzt nochmal minimieren. Wenn wir jetzt nämlich in dieses Convert Texture Pack gehen und dann das Texture Pack auswählen, was ich da gerade drin habe, und dann Convert Texture Pack klicken, konvertiert ihr jetzt alle Dateien. Jetzt kommt hier All Done. Wenn wir jetzt wieder in Minecraft gehen und ein Texture Pack auswählen wollen, gibt es jetzt hier nicht nur noch Boxed Craft, sondern Converted Boxed Craft. Wenn wir das auswählen und in den Singleplayer wieder reingehen, sehen wir, dass die kompletten Texturen übernommen wurden. Das Inventar ist jetzt, also okay, das wurde schon übernommen, aber alle Blöcke sind übernommen worden und alles sieht so aus, wie es aussehen soll. Ja. Und damit hoffe ich, dass ich euch damit geholfen habe, falls ihr euer Lieblings Texture Pack in der 1.5 Weiterfarbe nehmen wolltet und dass das noch nicht gab oder nicht geben wird, keine Ahnung. Das war's dann auch schon mit diesem Video. Wir sehen uns im nächsten. Ich hoffe, euch gefällt es. Bis dann, Leute.